Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir uns in diese Hülle begeben, wo der Herrscher des Landes von der Kunststadt sich versteckt halten soll. Der ist nämlich abgehauen, deswegen geht's dort in der Stadt, äh, alles schief. Das war's für heute. man ist das hier durcheinander denn diesen echt fies muss man ehrlich zugeben dass ich komme euch wieder und tschüss betrügen wir es weitergegangen ich muss theoretisch da lang scheiße ich hab die geist vom schütz ich habe es nicht achte aber ganz schön was abgebekommen gesundheitswiederherstellung speichern wir kurz schnell springt einfach aus dieser höhe ohne einen kratzer zu kriegen ich weiß nicht was sinnvoller ist runter zu gehen oder nicht es gibt es zu schwach Das war's für heute. Ja! Das ist doch ein Mann! Der Kerl ist mir! so an sich ist hier unten ja gar nix nichts im kreis gelaufen ist man aussehen ich bin heute ich glaube von da bin ich gekommen ja jetzt auch noch irgendwo zu mir truhe sehr schön wuff pum pams wuff pams interessant mann das ist aber eine riesen hölle deswegen landet man wahrscheinlich da unten gar nicht beabsichtigt das dumme ist ja aber wir kommen uns auch nicht auf den normalen weg wieder hin müssen erst hier wieder lang und ihn nochmal hochklettern, toll dim 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 ach ne so dreck man das ist ja mies es gibt also nur bestimmte teile die man nehmen kann ich frage mich welcher von den wahrscheinlich ist es der kurze der einbricht weil man naja so aber ich könnte mich auch täuschen dass diese extra machen weil man vermuten würde dass man wenn man über den einen leichten weg geht dass es zusammenbricht nein das war also doch der der zusammengebrochen wäre und es gibt es hier um dahin da gibt es keinen einfacheren weg wahrscheinlich der hier aber da sind wir jetzt so abgelehnt und sind wir runtergefallen runtergefallen oh nein hallo wandel dich kann ich grad nicht ich würde mich nicht Das war's für heute. ja ich glaube der komplette verstärkende verwandelte nein möchte ich nicht ja ich glaube was sie immer für scheiße aber deswegen war ich das spiel zu sehr genau wegen solchen ding so die frage ist jetzt wo gibt man ehren lang ich gehe mir ja außen lang es ist denn jetzt das funktioniert also jetzt ja 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 shit hallo ich drücke auf escape für figur wechseln aber es geht nicht immer dann ich auch schon lange nicht mehr gemacht einfach mit einem anderen charakter zu spielen das kampf talent ruse für zwei deutsch und verwirrt ihr feinde mit schnell angriffen also ich habe jetzt nicht durch ihre besondere fähigkeiten aus zwei waffen ausgerüstet wird sich wiederum auf eine fusion das fusion planung aus wird sie sein sehr energischer kämpferin was sich an ihr verbogen hat dass mit denen man fallen stellen sie fallen und flug kombos ausnutzen kann zeigt nach das ist es mir immer zu kompliziert mit dem ganzen artes zeug butterplätze hat sich gelungen alter gemein Wenn ich den Kerl ja abhalte, irgendwas zu machen, ist alles okay. Ich bin Sanovan, ich bin Sanovan. ... ... ... Lass mich nicht an Problem haben! Das ist so. Das ist so. Ich kann nicht mit ihm einfach die kleine Amortisierung mehr durchgehen. Ihr auch nicht. Das ist irgendwie komisch. Ich will auf mich schieben. Es ist manchmal echt müde. Warum kann ich damit manche nicht mehr amortisieren? Ich verstehe es nicht. Also, ich bin auf der Fall. Wettet um. Ich hab mich damit. Ich hab mich noch rum. Alter ist wirklich ganz klar, ich weiß nicht mal. so sind wir noch auf kurs ja ich verstehe es nicht so 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 Das war's für heute. Das war's für heute. hat mir glaube ich auch schon ich habe gerade was zum prüfen versteineter kohler Was ist das? Das ist eine große Hebe. Was ist das? Was ist das? Er hat sich schon mal so gemacht. Ich wollte mich nicht mehr überraschen. Was ist das? Hjohma? Hjohma? Hjohma hat sich das? Was ist das? Aber es ist nicht sicher. Es ist sicher sicher. Was ist das? 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 Nein. Es ist sehr schwierig. Was ist das? Das ist das. Und das wird, glaube ich, ein ziemlich harter Kampf werden. Naja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin. Tschau.